Ja, herzlich willkommen zum InfoMotion Videocast. Heute möchte ich Ihnen ein bisschen was über die Probleme des Betriebs erzählen und möchte ein bisschen gucken, gerade wenn Sie ein mittelständisches Unternehmen sind, wie bauen wir eigentlich ein Betriebsmodell bei einem Kunden auf, wie unterstützen wir Sie dabei und was sind vor allem so die Herausforderungen, die wir auch eben von verschiedenen Kunden kennen, wenn es darum geht, den Betrieb für Unternehmen zu machen. Und wir als InfoMotion sind vor allem in der DACH-Region unterwegs und von hier aus werden Sie auch von uns unterstützt, wenn es um Betrieb geht. Also wir machen das mit unseren Mitarbeitern entsprechend alles aus der DACH-Region heraus und sind als BI-Dienstleister natürlich auf die BI-Produkte fokussiert, die wir eben auch in Projekten dann bei Ihnen implementieren. Das, was wir alles tun im Betrieb, das sind Dinge, die ich schon lange mache. Ich bin Business Unit Manager bei InfoMotion, bin verantwortlich für den Bereich Service Management und unterstütze dabei vor allem die verschiedenen Teams, die wir haben, Business Services bei Kunden richtig aufzubauen und dann entsprechend natürlich auch im Tagesbetrieb umzusetzen. Wenn ich mir angucke, was wir so für Kunden haben und was sind so die Erfahrungen mit Kunden, die wir haben im Betriebsmodell und was sind die Herausforderungen, die die haben, dann ist es ganz, ganz häufig so, dass wir sehr eng mit dem Fachbereich zusammenarbeiten, mit den Key-Usern. Teilweise gibt es schon ein etabliertes BICC. In der Regel ist es aber so, dass wir auf der IT-Seite nur so ein, zwei Personen haben, die wirklich die BI-Kompetenz mitbringen, um die Systeme zu betreuen. Das ist relativ üblich und entsprechend gefährlich ist es dann aber eben auch für den Kunden, wenn diese eine Person mal ausfällt, was mache ich dann eigentlich in dem Fall. Und gerade deswegen sind wir bei vielen mittelständischen Unternehmen unterwegs und helfen dort mit unseren Teams, mit unseren Erfahrungen auch, wie man Betrieb aufsetzt und aufbaut. Und wir machen das eigentlich mit einem sehr flexiblen Service Management Modell. Wir sind dort mit kleinen Teams unterwegs, die die BI-Expertise mitbringen, die Sie vielleicht auch schon aus Projekten kennen, die Leute. Und versuchen entsprechend dann mit unserem Betriebsmodell, Ihre eigenen Betriebsteams oder Ihre eigenen Abläufe zu unterstützen. Und machen das entsprechend mit einem Modell, was ich Ihnen jetzt noch ein bisschen genauer vorstellen will. Wenn wir in so einem Betriebsmodell mit Ihnen unterwegs sind, dann ist es eigentlich immer gerade ganz, ganz wichtig, dass wir in der Breite und in der Tiefe alles abdecken, was Sie an Systemen im Betrieb eben nutzen. Und das kann eine SAP BW, BO, BPC Landschaft sein. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, Mensch, BW, bin ich super fit drin. Ich brauche nur jemanden, der mich mit dem BPC unterstützt. Und auch da kann es dann wiederum sein, dass Sie sagen, von der Tiefe her, bitte macht ihr die komplexen Weiterentwicklungen. Ich mache den Tagesbetrieb. Oder liebe Information, könnt ihr uns auch im Tagesbetrieb unterstützen und zum Beispiel Prozesskettenmonitoring morgens übernehmen. Das sind eben Dinge, da sind wir völlig skalierbar. Wir machen das in der Regel natürlich in einem Betriebsmodell remote, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch regelmäßig on-site bei Ihnen vor Ort sind, gerade wenn es um größere Themen geht, die zu besprechen sind oder auch einfach regelmäßig mal beim Fachbereich vorbeigehen, gucken, wie nutzen die diese Systeme, sind die happy, welche Themen gibt es da eigentlich. Das kann ich in so einem Floorwalking-Modus, wo ich vor Ort bin, viel besser fühlen. Und das ist eben das, was wir auch in unserem Beratungsverständnis auch in einem Betriebsmodell entsprechend mitbringen. Wir haben, wenn wir ein Betriebsmodell aufsetzen, ist immer wieder natürlich so, dass Sie verschiedene Prozesse selber nutzen. Also Sie nutzen verschiedene Service-Tools. Sie nutzen vielleicht nur eine Excel-Liste. Ihre Mitarbeiter sind es gewohnt, unterschiedlich professionell, sage ich mal, in einem Servicebetrieb zu arbeiten. Wir müssen dann also entsprechend gucken, wie wir die Teams, die wir einsetzen, mit Ihnen verzahnen. Und wir versuchen da immer, uns so gut es möglich, so gut es geht, bei Ihnen zu integrieren und entsprechend auch die Prozesse so zu verzahnen, dass Sie das quasi gar nicht groß merken, dass eine Information dahinter Sie noch unterstützt. Wichtig ist dann, wenn wir Sie unterstützen im Betrieb, und das ist auch für Sie selber intern natürlich genauso wichtig, dass Sie bestimmte SLAs haben, wo Sie sagen, Mensch, mit den Service-Zeiten, da kann ich gut mit leben. Wenn das System steht, dann müssen die so und so schnell unterstützen. Das ist etwas, was wir natürlich zum Beginn gemeinsam herausfinden müssen, was brauchen Sie eigentlich an Unterstützung, was macht Sinn. Und da geht es gar nicht nur darum, dass wir das als Information alles leisten, sondern da geht es auch darum, dass Ihre eigenen Ressourcen genauso aufgestellt sind, weil in Summe gemeinsam wollen wir halt einen erfolgreichen Betrieb Ihrer Landschaft herstellen. Und das ist gerade so eine Herausforderung in den mittelständischen Unternehmen, die wir eben sehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, das mit ein, zwei Personen abzudecken. Wir haben das Verständnis, dass wenn wir in so einem Betriebsmodell sind, dass wir als zentraler Hub fungieren, dass wir alle Anfragen entgegennehmen und nicht so etwas machen, wie ich nenne das immer gerne Problem-Ping-Pong. Nee, kann ich nichts zu sagen, bin ich nicht für zuständig, bitte den anderen fragen. Also wenn sich bei uns jemand meldet, dann versuchen wir das entsprechend so zu koordinieren, dass wir irgendwie beim Hersteller eine Meldung aufmachen, uns mit denen auseinandersetzen, dass wir mit ihrem Hosting-Partner sprechen oder mit den Fachbereichen im direkten Austausch. Dazu ist es halt eben ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, welche Personen sind mit im Einsatz, dass wir die Kommunikation entsprechend gut steuern können. Aber das ist halt unser Verständnis, ihnen zu helfen. Und das zweite wichtige Verständnis, was unsere Teams auch so im Tagesgeschäft mitbringen, ist, wir sind es absolut gewohnt, mit agilen Projekten zu arbeiten. Also ein Scrum-Vorgehen ist natürlich sehr etabliert und wird immer mehr. Oder auch so etwas wie ein einfaches Kann-man-Modell. Wir haben unsere Betriebsteams auch entsprechend sehr, sehr agil aufgestellt. Das heißt, die gesamte Ablaufsteuerung machen wir auch so agil, dass man sehr, sehr gut einen Mitarbeiter von uns, einen Consultant in einem Projekt in einem Agilen haben kann und der aber eben trotzdem noch bei zum Beispiel einem brennenden Incident beim Kunden B dann auch unterstützen kann und auch die Weiterentwicklung für Kunden C in der Woche mit einplant. Das kann ich Ihnen dann nochmal im Detail ein bisschen erklären bei Interesse, wie wir diese ganze Steuerung entsprechend verzahnen. Was machen wir in Summe? Also ich habe das schon am Anfang kurz erwähnt. Das gesamte BI-Portfolio, was Information mitbringt, wird von uns abgedeckt. Und da ist es dann eben die Frage, für welche Bausteine brauchen Sie es? Ist es ein SAP-Produkt? Ist es Clickview? Ist es IBM? Also das müssen wir uns einfach halt angucken. Und wichtig ist dann halt auch beim Pricing-Modell, ist es etwas sehr, sehr Planbares, wo Sie sagen, durch die Bank weg weiß ich genau, was ich brauche? Oder sind es so sehr punktuelle Unterstützungsbedarfe? Das versuchen wir alles entsprechend gemeinsam flexibel zu gestalten. Und wenn wir das dann aufgebaut haben, dann haben wir eigentlich so eine Landkarte von verschiedenen Kacheln mit Bausteinen, die wir für Sie leisten. Und wir können bis zu 24-7 Support bieten. Sie kriegen standardmäßig immer Werktags, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr von uns den Support. So sind unsere Teams aufgestellt. Wichtig ist halt vor allem, dass wir natürlich die SLAs auch tracken können und dass sie sich einfach darauf verlassen können, dass wenn sie sich bei uns melden, dass ihnen dann auch geholfen wird. Damit das schnell gehen kann, ist es wichtig, dass wir remote arbeiten können. Das ist natürlich ein bisschen anders als in einem Projekt, wo man eher vor Ort ist. Aber neben der Remote-Unterstützung sind wir auch durchaus regelmäßig bei Ihnen vor Ort, machen Coachings natürlich auch vor Ort und müssen gucken, dass wir Sie auch regelmäßig sehen, um auch entsprechend fühlen zu können, ob der Betrieb gut läuft, ob es irgendwo Bauchschmerzen gibt, die man vielleicht aus einer E-Mail sonst gar nicht entnehmen kann. Ein wichtiger Baustein, der immer häufiger auch angefragt wird, ist das Thema der laufenden Betriebsunterstützung. Das nennt man nach ITIL Event-Management oder Monitoring oder einfach aktive Fehlererkennung und Behebung. Das ist vor allem so das Thema, jeden Morgen in die Prozessketten reingucken, was ist gut gelaufen, sind irgendwelche abgebrochen, muss ich jemanden informieren, muss ich das Ding neu anstoßen. Das sind eben so Themen aus dem Tagesgeschäft, wo wir auch einfach kontinuierlich unterstützen können. Und das machen wir mit unseren Kernteams. Ganz, ganz wichtig ist, Sie haben nicht eine Person bei uns, aber Sie haben einen zentralen Ansprechpartner, der verantwortlich ist und das ist immer der dedizierte Service-Manager. Der Service-Manager steuert dann entsprechend sein Team. Das Team ist komplett auf Sie zugeschnitten. Sie haben in der Regel drei Personen Minimum, weil einer in Urlaub ist, einer wird krank und der Dritte muss arbeiten. Aber die Teams sind immer sehr, sehr, sehr auf Sie zugeschnitten und fokussiert. Also Sie müssen jetzt nicht damit rechnen, dass irgendwie alle 350 Information-Mitarbeiter Sie mal kontaktieren, sondern es sind wirklich sehr dedizierte Kernteams, die auf Sie eingearbeitet sind. Der letzte Baustein, den wir dann eben im Tagesbetrieb brauchen, ist, dass wir dieses Problem Ping-Pong vermeidend mit den verschiedenen Dienstleistern, die Sie noch im Einsatz haben, mit Ihrer internen IT, mit den Herstellern kommunizieren können, damit wir das Ganze dann auch entsprechend steuern können. Meine Empfehlung zum Abschluss für heute ist, wenn Sie sich mit Betrieb hergern und wenn Sie das ein schlechtes Bauchgefühl dabei haben, dass Ihr Betrieb vielleicht nicht ganz super abgesichert aufgestellt ist, dann ist meine Empfehlung, dass wir so einen Reifegrad-Check machen. Wir können das relativ standardisiert mit Ihnen durchgehen. Wir haben dort Fragebogenlisten, wo man auch auf Ihrer Seite dann entsprechend nochmal so ein bisschen dieses Bewusstsein kriegt, ah, habe ich das eigentlich, oh, was passiert denn eigentlich, wenn das System ausfällt? Das sind so Themen, die machen wir gemeinsam in einem Check und gucken uns das an. Und neben diesen ganzen Prozessabläufen ist natürlich ganz, ganz wichtig, welche Skills haben Sie eigentlich vorrätig? Also sind bei Ihnen Ressourcen im Haus, die in einem Notfall unterstützen können? Wie sind Sie da eigentlich aufgestellt? Und entsprechend gehen wir eben auch eine Skill- und Kapazitätsplanung mit Ihnen durch, gucken, an welchen Stellen gibt es Lücken, die wir dann vielleicht schließen müssen und gucken auch, gibt es zum Beispiel Schulungen, die wir mit der BI Academy dann unterstützen können, also entsprechend Bildungsbedarfe in den verschiedenen Teams. Und in der Umsetzung bedeutet das, neben Trainings, die wir für Ihre Mitarbeiter machen können oder auch wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, dann nenne ich das immer so einen Onboarding-Boost oder so einen Beschleuniger, dass wir gucken, dass wir sehr, sehr schnell Ihre Leute eben auch selber arbeitsfähig bekommen. Daneben ist natürlich auch einfach wichtig, dass wir gucken, welche Service-Support-Prozesse müssen aufgesetzt werden, welche Tools wollen wir einsetzen und vor allem gibt es ein Kernteam, was wir unsererseits mit beistellen sollen, um Ihren Betrieb absichern zu können. Das sind alles so Themen, die wir in so einem Reifegrad-Check gemeinsam besprechen würden und wenn Sie da Interesse dran haben, können wir das sehr gerne machen. Bitte kommen Sie gerne auf uns zu. Ich würde mich freuen, Sie demnächst auch dann entsprechend persönlich on-site kennenzulernen. Vielen Dank! 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 Vielen Dank!